Das sind jetzt die Machine Gun Crackers von der Firma Leslie. 50 Stück sind da in der Packung drin. Einmal die Rückseite, Knatterartikel, Feuerwerk der Kategorie F1, NEM von 40 Gramm in der Packung. Preis und Wogekauf in der Beschreibung. So sind die Teile in ihrer Packung gepackt. Und so sehen die im Einzelnen aus. Nicht weiter aufregend, Aufdruck Crackling Tube. Schon die Verarbeitung. Nummer 1 ging direkt nicht. Das kann nur besser werden. вот jetzt sind die Große. Aber man hat sich keines Motiv可是 in den Bossen, idir in der ehemischkeitsung. Der ist dann mit dem, der Herr�kann zuthren, warum nur weg ist, wo lament es geht. Den Sie sich freiget curent aus. Die Verratechte disconnect! Das war's für heute. Die Sonne rüber. Die Sonne rüber.